Sie haben uns ja scheinbar Dicke, das ganze Geld zu verschenken, die feinen Herrschaften. Ja, uh, natürlich. Ich bin reich! Tun Sie nicht. Und ob? Durch Subventionen. Und in Artikel 5 erzähle ich Ihnen, wie. Basisprämie, Greeningprämie, Jungbauernprämie. Milliarden für die Massentierhaltung. 57 Milliarden Euro säet die EU jedes Jahr über der Landwirtschaft aus. Das ist fast die Hälfte ihres gesamten Budgets. Geldgeschenke an eh schon profitable Unternehmen. Porsche. Kennen Sie, ne? Der wahre Volkswagen. Wenn Sie hören, an wen Ihr Geld alles verschenkt wird, werden Sie sagen... Arschloch. Ja, sind denn alle Politiker durchgeknallt? CDU-Urgestein Wolfgang Bursbach bringt Licht ins Dunkel und erzählt uns, warum er der bessere Kanzler wäre. Ja, meine Mutter. Das ist ein Fan von ihm. Artikel 5. Die ganzen Folgen gibt es jetzt bei Magenta TV. Jetzt gratis Monats starten.